Hallo liebe Katrin, so jetzt komme ich zu deiner Hautberatung und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir eine Online-Hautberatung zu machen und dass du mich in meiner Ausbildungszeit jetzt unterstützt und dass du eben offen bist für eine Empfehlung von mir. Kurz zu NuSkill, NuSkill gibt es schon über 35 Jahre am Markt, die Produkte sind hormonfrei, mineralölfrei, was ja ganz ganz wichtig ist und ja, wir haben einfach das Beste der Pflanzen aus der Natur und Wirkstoffkosmetik vereint, um einfach die besten Erfolge zu erzielen. Ja, seit 14. Jänner ist jetzt eine neue Serie bei uns am Markt und ja, die ist ganz ganz super und ich habe gedacht, nimm sie in deine Empfehlungen hinein, weil ich finde, dass sie für deinen Hauttyp und deinen Lifestyle super passen. Und zwar, diese Serie ist vegan, außer das Serum und seifenfrei und die Serie hat diese bioadaptiven Pflanzenstoffe, das heißt, es sind fünf Pflanzen, die wachsen unter ganz extremen Bedingungen, zum Beispiel eine Pflanze in der Wüste und die kann eben in der Trockenheit überleben ohne Wasser, kaum kriegt sie ein Tropferlwasser, blüht sie halt so richtig auf. Und diese Extrakte findest du ja in den Produkten, dann haben sie einen Blaulichtfilter und einen Sonnenschutz in den Tagescremen, weil Blaulichtfilter ist ja, also blaues und rotes Licht, das sind noch schädlicher wie UV-Licht. Gut, ich komme jetzt gleich mal zu den zwei Varianten, die ich für dich ausgearbeitet habe und die erste ist einmal so eine Optimalvariante, so ein Gesamtpaket, auf deine Wünsche, deine Pickel, die Narben und die Rötungen zu mindern. Also, bei der optimalen Variante habe ich dir als Reinigung unseren Lumi-Spa hineingenommen und zwar ist es dieses Gerät und kurz zum Lumi-Spa. Das ist einfach das Nummer 1 Reinigungsgerät, der mag der Gewinn ständig die Awards und ja, er hat da so eine zweidimensionale Bewegung und so eine Pumpbewegung und der Aufsatz enthält Silber, was ja antibakteriell ist und ganz toll bei Unreinheiten mitessen. Dann ist da immer eine Reinigung dabei, eine typgerechte Reinigung und ja, diese Reinigung legt sich wie so ein Luftpolster auf, den Aufsatz und ist eben ganz sanft zu der Haut. Ja und der Lumi-Spa reinigt viermal gründlicher als händisch und die zeigt, dass er es jetzt kurz, wenn man sich die Pore so vorstellt, kommt man händisch nur so beim oberen Rand hinein und der Lumi-Spa reinigt wirklich Poren tief. Somit kann sich die Pore zusammenziehen und oben, also einfach kommt weniger Schmutz, Unreinheiten, Schlacke, Fette, Ablagerungen, also alles weniger hinein und somit auch weniger Mitesser, Unreinheiten und was ja eben auch deine Priorität ist, das zu verbessern. Und dann auch ganz toll, der Lumi-Spa regt die Kollagenproduktion an, weil die nimmt ja mit 25 ab und er regt sie einfach wieder an und die Haut ist dadurch einfach praller, straffer, glatter. Also das ist so richtig so ein Fitnessgerät der Haut, sage ich immer. Gut, bei dir ist eben die typgereichte Reinigung dabei und diese enthält die Salicylsäure, wo sie eben gegen Unreinheiten wirkt. Als zweiten Schritt habe ich dir ein Gesichtswasser aufgeschrieben, das du ja auch schon verwendest, aber das Gesichtswasser verwendet man immer morgens und abends nach der Reinigung und dieses Gesichtswasser, das stellt einfach den pH-Wert der Haut wieder her und die Pflege danach kann dann einfach besser aufgenommen werden, das ist halt ganz was Wichtiges. Und dieses Gesichtswasser, was ich dir da aufgeschrieben habe, ist eben von unserer neuen Serie und es ist wirklich next level, sage ich einmal, und dieses enthält drei Säuren. Zeigst du kurz. Das wäre das Gesichtswasser. Drei Säuren, unter anderem wieder diese Salicylsäure, was in den Mietesserunreinheiten wirkt und ja, es holt schon mal die Hautschüppchen herunter und regt dann die Zellerneuerung an. Und ja, Aloe Vera enthält es auch noch, was ja für seine beruhigende Wirkung und auch Feuchtigkeit spendet steht und es kann aber ein bisschen britzeln auf der Haut, also wirklich durch die Säuren eben. Dann habe ich dir als dritten Schritt eine 24-Stunden-Pflege aufgeschrieben, die verwendest du auch morgens und abends. Das ist einfach eine ganz reichhaltige Pflege, die dir Feuchtigkeit spendet eben den ganzen Tag über und auch diese bioadaptiven Pflanzenstoffe beinhaltet. Und als vierten Schritt habe ich dir noch, eigentlich nicht als vierten Schritt, sondern allgemein habe ich dir noch unsere Zaubermaske aufgeschrieben und die ist einfach perfekt bei Unreinheiten, Mitessern, Narben. Und das ist aus diesem Grund, das ist kanalischer Gletscherschlamm und der zieht richtig den Schmutz, die Unreinheiten, die Mitesser aus den Bohren heraus. Und dann werden die Bohren total verfeinert, was ja auch wieder deine Priorität ist, die Mitesser oder beziehungsweise die Pickel und die Narben zu verbessern. Verwendest du zwei bis dreimal die Woche, so für 20 Minuten. Sie wird dann ganz hart und dann wäschst du sie mit lauwarmem Wasser wieder ab. Gut, das war jetzt einmal die optimale Variante. Ich habe das Gesamtpaket auf deine Prioritäten eingegangen und liebe Katrin, ich würde da gerne 10% auf unsere Produkte geben. Und da wären wir beim Optimalpaket bei 329, wobei ja der Lumi Spa schon 250 Euro kostet. Gut, jetzt komme ich noch zur abgeschwächten Variante, zur Basisvariante, wo man einfach die händische Reinigung hat anstatt des Lumi Spas. Diese Reinigung, das ist so eine Gelschaum, also das ist ein Reinigungsgel, das sich dann in einen Schaum verwandelt. Und das hat so ein ganz angenehmes, erfrischendes Gefühl. Ja, dann wieder als zweiten Schritt verwendest du wieder das Gesichtswasser morgens und abends und als dritten Schritt wieder diese 24 Stunden Feuchtigkeitspflege, die ich dir schon erklärt habe. Gut, ja liebe Katrin, jetzt habe ich dir da meine Varianten erklärt. Ich werde dir dann noch ein kurzes Video über unseren Lumi Spa schicken mit der richtigen Anwendung und was er nochmal alles kann. Und ja, jetzt möchte ich einfach von dir wissen, für welche Variante würdest du dich jetzt entscheiden und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Baba!